Bismillahirrahmanirrahim Freut mich Yusaiduni Sie waren der perfekte Reiseführer Freut mich Und meine Wartezeit ist auf diese Weise auch vorbei Und meine Wartezeit Wartezeit Ja Ich warte auf meine Freundin Ich warte auf Meine Freundin Sie muss Hiya lezim eigentlich Filwaka Actually Schon Chalas Da Sein Inne hiya Hina Tukun Sie muss Sein Hiya lezim Tukun Sie muss Da sein Hiya lezim Tukun Hina Chalas Filwaka Chalas Schon Wuh Das ist Ja Wunderbar Oh Da Raih Das ist Ja Raih Raih Dann Ich warte Ich wünsche Ihnen Ich wünsche Ihnen ich wünsche Ihnen Nuh Ich wünsche Ihnen ein schön nachmittag ein schön nachmittag طبعا mittag nachmittag ein schön nachmittag ich 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 auf wieder wiedersehen 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 auf wiedersehen auf wiedersehen auf wiedersehen und nochmals vielen Dank vielen Dank wo immer schütteln sie geht Richtung Aufzug sie ent sahen z impacts gegen zu 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 auf zu auf zu 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 Jan schaut auf seine Uhr, Jan jeboss auf seine Uhr, was, 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 schon 20 nach 1, 20 Jahre später, und keine Nette Junge Dame, und keine Nette Junge Dame, also die Frau oder die Frau oder die Frau, also die Frau, also die Frau, als Sie sich nicht mit Lacken gehen, die Frau, also die Frau oder die Siehst du, wie eine Frau oder die Frau, also die Frau, Was ist da los? Was ist los? Wie ist es? Da. Wie ist es? Was ist da los? Wie ist es? Jan denkt nach. Jan, ja, der Fakker. Denkt nach. Hm, na ja. Hm, toll. Vielleicht muss Maya etwas länger arbeiten. Jemkin, vielleicht muss Maya. Maya, يجب على Maya, etwas länger, شيئا أطول, arbeiten, أن هي تشتغل, تشتغل شوية, etwas länger, أطول في الوقت, تشتغل أكثر يعني, arbeiten, vielleicht muss Maya arbeiten, يمكن لازم Maya تشتغل, etwas länger, شيئا ما أطول, Der Welsch. Der Welsch, der Welsch, اللي هو اللي هي شغالة معا. اسمه Welsch. Ist manchmal, sa gaud schon, so, خلاص كده. Ein Arbeitsstier. Tier يعني حيوان. Arbeit ist ein Schwerer Wie wir alle sagen, ist es ein Schwerer oder wie wir alle sagen, ist es ein Schwerer Arbeit ist ein Schwerer Wie wir alle arbeiten, ist es ein Schwerer Der Welche ist manchmal schon so ein Arbeitstier Das Welche ist ein Schwerer Das Welche ist ein Schwerer Wo sie nur bleibt Wo sie nur bleibt Wo sie nur bleibt Sie nur bleibt Wo sie nur bleibt Jan geht Jan geht Jan geht auf und ab Auf und ab Er geht auf und ab Er sieht immer wieder aber es geht immer wieder wieder Heider zu schauen, auf seine Uhr auf seine Uhr auf das ganze Zeit Zwei Halb 2 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 Halb 1 Halb 2 ist immer noch. Nicht da. Nicht da. Nicht da. Sie ist doch sonst immer punktlich. Sie ist. Sie ist. Sie ist. Doch. Das ist immer punktlich. Und sonst immer punktlich. Und sonst. Und Even wenn ich sie einfach habe. Maybe ich habe.zechseinn. Ich habe Hueb Er geht um die Glaskuppel herrum, er geht um die Glaskuppel herrum, er schaut ins Restaurant, er schaut ins Restaurant, da ist sie auch nicht, da ist sie auch nicht, da ist sie auch nicht, es wird immer später, immer später, es wird später, später, es wird immer später, immer wieder, immer später, immer später, immer später, immer später, und mehr später, erst jetzt denkt er an sein Handy dass ich das immer vergesse 5 h h beh 5 h h und 8 h 5 h h und 8 h h und 8 h h und 8 h Jahre Jaque ist für seine Jäcken. Ja, der ist für seine Jäcken. Ja, er hört es für seine Jäcken. Ja, die Jäcken, habe ich meinen Jäcken. Wir beginnen mit sogar. Sie muss eigentlich schon da sein. Oh, das ist ja wunderbar, oh, da, ja, da, aywa, raih, dann wünsche ich Ihnen, ich Ihnen, ich Ihnen auch, und ich Ihnen auch, auf wiedersehen, bei, bei, und nochmals vielen Dank, und auch mal, mit Schakirin, schüchern, kathir, sie geht Richtung Aufzug, hier drühen nachher der Asensur, nette alte Dame, Seyeda Aguz Latifa, Jan schaut auf seine Uhr, und Jan schaut auf seine Uhr, ist saab, da, du, was, Eda, Mäza, schon, خalass, zwanzig nach eins, خalass, عadda, ich rinde, Ia, ala, wahda, und keine nette junge Dame, wo man fisch, äh, wo Alissa, wie Uli, eh, nette alte Dame, und wo keine nette junge Dame, wo fisch, ich bin Latifa, weit und breit, hau alina, kibbe, was ist da los, wie eh hinab ich soll, Jan geht, äh, Jan denkt nach, Jan, ja, da, fucker, hm, na ja, aywa, vielleicht muss mal ja etwas länger arbeiten, vielleicht, Jemken, muss mal ja, ja, geba, la, main, etwas länger, schweja, akter, arbeiten, ich schlafe, der Welch, el Welch, ist manchmal, saab, keda, beba Aslan, so, keda, ein, 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 ein Arbeitstier, Homar Schuh, Wo sie nur bleibt, hier fängt, dass Jan geht auf und ab. Jan, er sieht immer wieder auf seine Uhr, und er sieht immer wieder auf seine Uhr, schon halb zwei vorbei. Und Maja ist immer noch, und Maja ist nicht da, sie ist doch sonst. Doch immer pünktlich, immer pünktlich, immer pünktlich, das ist immer dazugehört. Vielleicht habe ich sie ja verpasst. Er geht um die Glaskuppel herum, und er lebt eine Glaskuppel, keine Maja, keine Maja. Er schaut ins Restaurant, wo er bostet für das Restaurant, da ist sie auch nicht. Hier kann man mich hin. Es wird immer später, denn er arbeitet weiter, und Maja kommt nicht, und Maja kommt nicht. Jan wird immer unruhiger. Jan arbeitet mit Wotter Oktar. Erst jetzt. Er denkt nur an sein Handy. Er spricht nur an sein Handy. Er spricht nur an sein Handy. Das ist das. Er spricht nur an das. Er holt es aus seiner Jackentache. Er spricht nur an sein Handy. Er spricht nur an sein Handy. Er spricht nur an sein Handy. Sie muss eigentlich schon da sein. Oh, das ist ja wunderbar. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Ich Ihnen auch auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und nochmals vielen Dank. Sie geht Richtung Aufzug. Nette alte Dame. Jan schaut auf seine Uhr. Was? Schon 20 nach 1? Und keine nette junge Dame, weit und breit. Was ist da los? Jan denkt nach. Hm, naja. Vielleicht muss Maja etwas länger arbeiten. Der Welch ist manchmal schon so ein Arbeitstier. Wo sie nur bleibt. Jan geht auf und ab. Er sieht immer auf seine Uhr. Er sieht immer auf seine Uhr. Schon halb zwei vorbei. Und Maja ist immer noch nicht da. Sie ist doch sonst immer pünktlich. Hm, vielleicht habe ich sie ja verpasst. Er geht um die Glaskuppel herum. Keine Maja. Er schaut ins Restaurant. Da ist sie auch nicht. Es wird immer später. Und Maja kommt nicht. Jan wird immer unruhiger. Erst jetzt denkt er an sein Handy. Dass ich das immer vergesse. Er holt es auf seiner Jackentasche. wassalamualikum warahmatullahi wabarakatuh.